Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Mischauer, Pateraport, Beziehungscoach, Lohnpsychologe und so weiter und so fort. Ich sage mal heute, selbst die Challenge Advanced geht wieder los, Wohlfühl Challenge. Ein Versuchskurs geht bald los, ganz neu. Und auch die Ausbildung und genau, ja, wir wollen heute mal reden über den Alpha und den Sigma-Mann. Das wird wieder richtig krass werden, aber vorab wollte ich mal, es freut mich auch mal sehr drüber, drei, vier Dankesworte mal vorlesen. Also vielen Dank, dass ich die überhaupt bekommen habe. Lieber Christian, großes Dankeschön an dich und dein Liebeschiff-Programm mit deinen Kursen und YouTube-Videos. Mit viel Übung und Bewusstwerden konnte ich meine Co-Abhängigkeit gegen Standards und D-Racker eintauschen. Ganz allgemein gesagt wahrnehmen und besser machen, Gestalterin statt Opferin. Das hat aber gedauert, ich muss immer mal wieder üben und bewusst machen. Manchmal gibt es noch Co-Abhängige Tage wie Torte nach Diät. Von nichts kommt nichts, aber sehr oft sind es nun neue gute Gewohnheiten. Das trifft nicht nur auf Liebesbeziehungen, Freundschaften und Familie zu, sondern auch auf Arbeitsbeziehungen und ganz allgemein jegliche Art der Kontakte im Außen. Das Liebeschiff-Programm hilft in sehr vielen Bereichen. Danke dir sehr. Ja, ich danke dir. Freue ich mich immer sehr drüber. Ja, okay, jetzt kommen wir aber zum Thema Alpha versus Sigma. Vielleicht fragst du dich jetzt, was soll denn das schon wieder sein? Ich habe auch erst gestutzt, wie ich das gesehen habe. Und das füttert wieder meine Sicht auf die Dinge, dass Menschen einfach immer irgendwas fucking Besonderes sein wollen. Und das ist ja auch das Problem mit vielen Persönlichkeitstests. Also, dass diese wirklichen anerkannten Persönlichkeitstests, das sind ja oft so Fünf-Faktor, Sechs-Faktor-Modelle, das ist eben nicht so schönes Bauchy-Bauchy-Gefühl. Das ist eben nicht, ach prima, ich bin ein Abenteurer, ich bin dies, ich bin das. Also diese, wie ich die auch bei mir habe, ich habe auch einen Test bei mir. Das ist halt ein bisschen tougher. Da geht es halt um so Themen wie negative Emotionalität, Extroversion, Introversion ist ja noch relativ handhabbar, Offenheit, Verschlossenheit, Neurotizismus. Gut, waren jetzt, ein paar Begriffe waren das relativ ähnlich, aber solche Sachen, wo man sich auch mal hinterfragen muss und so. Und das Gleiche ist natürlich irgendwo ein Stück weit auch mit diesem ganzen Thema Alpha- und Beta-Mann. Erstmal ist das natürlich, auch wenn das immer so scheint, ist das wissenschaftlich nicht so unterfüttert, wie der ein oder andere so denkt. Also natürlich ist es schon so, dass es, sage ich auch immer, dass es ein polares Verhalten gibt, jetzt für einen Mann oder eine Frau natürlich auch, und ein eher nicht-polares und polares führt halt eher zu Erfolg. Und das geht natürlich so ein bisschen in die Richtung, aber ich werde das in meinem neuen Buch, was dann nächstes Jahr auskommt, noch viel ausführlicher beschreiben. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass die Natur jetzt sagt, okay, 80 Prozent der Männer brauchen wir eh nicht. Was sollen die sich fortpflanzen? Sind ja nur die Betas. Also wenn das so wäre, dann hätte die Natur schon längst aussortiert. Und da taucht auch so viele falsche Sachen mit ein, dass Menschen mit Gorillas vergichern werden, mit Schimpansen und ich weiß nicht was. Das kannst du aber nicht so einfach. Wir haben eine ganz besondere Art der Fortpflanzung und alles. Aber gut, das werde ich da mal alles weiter ausführen. Aber so einfach ist es eben nicht. Und wenn, dann haben Betas eben auch ihre Sexualstrategien. Aber wie gesagt, das ist alles sehr schwierig, aber man kann sich das ein bisschen vorstellen. Und ich finde auch, das ist eine legitime Unterscheidung. Es gibt Menschen, die können eben mehr so einen polaren Vibe aussenden und haben damit auch mehr Datingerfolge und faszinieren Frauen damit. Und es gibt eben Männer, die es eben nicht so können. Und das kann man ja auch lernen, ist ja nicht in Stein gemeißelt. So, jetzt kommt aber der Sigma-Mann noch dazu. Wo ich dachte, was ist das denn schon wieder? Ich werde es euch mal versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Also Sigma-Mann ist ein Mann, der zeichnet sich ein hohes Maß an Unabhängigkeit im Leben aus. Das heißt, Sigma-Mann haben kein Interesse daran, Anerkennung in einer Gruppe zu bekommen, innerhalb ihrer Hierarchie aufzusteigen aufzusteigen oder sogar die Gruppe anzuführen. Also was das heißen soll, dass es eben quasi auch wie so ein Alpha, ich kann euch diesen Artikel auch mal drunter verlinken, hier ist quasi wie so ein Alpha, aber so introvertiert und nicht an Status und solchen Sachen interessiert. Und hier ist auch so eine Liste, wo das so gegenübergestellt wird, Alpha und Sigma. Und da haben wir, also der Sigma-Mann ist selbstbewusst, der Alpha natürlich auch. Und da steht, da geht es schon los, bei Sigma-Mann steht jetzt, ignoriert soziale Normen und Geflogenheiten, so weit wie möglich, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und bei Alpha steht jetzt, spielt nach sozialen Regeln, um in das Gruppe aufzusteigen. Also für mich völliger Quatsch, kompletter Quatsch, weil was hier steht, ignoriert soziale Normen und Geflogenheiten. Ist für mich typisches Alpha-Verhalten. Oder haben wir hier unabhängiger Einzelgänger, Lonely Wolf bei Sigma-Mail, der überwiegend mit sich alleine glücklich ist. Und Alpha-Mail ist Einführer einer Community oder will es werden mit Schäfchen, die ihm folgen. Also das hört sich für mich, also gerade wenn man es werden will, hört sich das für mich ehrlich gesagt, eher nach Beta an, weiß ich nicht. Und Sigma, ja Lonely Wolf, hört sich mich eigentlich eher nach Alpha an. Bei Sigma-Mail steht jetzt hier wieder innerer Kampf mit sich selbst, gleich Persönlichkeitsentwicklung und Bildung. Also das ist im Grunde genommen, was hier gesagt wird, ist der Alpha-Mail ist eben so der stumpfe Handwerker oder ich weiß nicht was, der aufsteigende Alpha oder der ist halt nicht so cool wie der Sigma, der Persönlichkeitsentwicklung macht und introvertiert und Lonely Wolf und geheimnisvoll. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil, also es gibt, also es gibt natürlich extrovertierte Menschen, die in ihrer Polarität sind, es gibt introvertierte Menschen, die in ihrer Polarität sind, aber Alpha ist eigentlich ja außerhalb der Regeln spielen und dadurch wird man ja häufig gerade zum Anführer, so weil man sich eben nicht so koabhängig den Regeln beugt und auch oft gar nicht den Wunsch hat, irgendwas unbedingt jetzt an die Spitze dieser Hierarchie zu kommen, sondern man wird quasi dahin gesetzt, eben weil man so out of the box denkt und solche Sachen. Und für mich ist das wieder eine typische Sache mit diesem Sigma-Mail, dass man ums Verrecken heutzutage ist, muss jeder was Besonderes sein. Jeder muss was Besonderes sein und besser als die anderen. Und wenn ich schon kein Alpha sein kann, dann kann ich vielleicht ein Sigma sein. Hauptsache ich bin kein Betner und in drei Monaten kommt der Täter-Mann und der Omega-Mann und es ist immer das Gleiche, es ist nur fucking Ego, 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 wie auch überhaupt diesem ganzen gesellschaftlichen Diskurs, gerade ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll, wo das also jeder gehört zu irgendeiner speziellen Gruppe und hat eine spezielle Ausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen oder gehört einer speziellen, zu Recht oder zu Unrecht Opfergruppe an und es ist einfach so eine Explosion von Ego gerade. Oder ich weiß nicht, vielleicht nehme ich das nur so wahr, ich weiß es nicht. Also für mich ist das wieder verzweifelte Versuch, weiß ich nicht, Content zu produzieren, damit man sich bloß irgendjemand wieder besonders fühlen kann. Ja, und was, und ich fasse auch nicht immer aus, dass sowas das Ego irgendwie streichelt. Wozu soll das denn führen? Als wenn sich ein echter Alpha-Mann darüber Gedanken macht, ob er ein Alpha oder ein Sigma ist, der scheißt da einfach drauf, der scheißt da einfach drauf und macht sein Ding und hat seine Mission und rettet die Welt oder ich weiß nicht was, aber der liest nicht solche Artikel. Also riecht mich schon wieder, also zumindest nicht, wenn er nicht drüber stolpert oder dass sein Job ist. Naja, also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Vielleicht ein ganz interessantes Thema trotzdem. Vielleicht seht ihr das ja auch auf eine andere Weise. Und ja, ich freue mich über Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Wir greifen ja jetzt die 40.000 an. Freut mich, wenn ihr mich da unterstützt und auch meine Arbeit weitergebt und weiterempfehlt. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.